Wir probieren jetzt etwas in einem anderen Tonort. Ich bin hier über ein Jahr, habe ich gespielt auf dem Blüsteam und der Jeff hat mir nur einmal gefragt, ob ich dann singen kann. Und ich habe Nein gesagt. Also ich bin Norweger, wenn ich da nicht super Deutsch rede, aber ich denke, ihr versteht mich. Und ich habe dann gedacht, da muss ich etwas machen, weil letztes Mal war er so wenige Sänger. Jetzt habe ich dann Online-Training gemacht. Ich bin politisiert und ich will jetzt singen. Ich würde sagen, die Norweger sind auch noch geile Siete. Applaus für den Torwart. Ich bin auch jetzt gespannt, ob ich singen kann. Ich habe keinen Ahnung, was wir spielen. Ich weiß nicht, ob ich singe. Es ist so, wie es ist. Andres Hipskampier, er kann dann zugreifen. Ich bin einig, das ist so, wie es ist. Ich bin einig, das ist so, wie es ist. Und ich bin einig, das ist so, wie es ist. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020